... ... ... ... ... ... ... ich habe noch nichts aber wo landet der tako man also tako raum wo kein tako raum ist ein habe ich habe ich zwei sind bei mir wo bist du in diesem wohnwagen oben auf dem berg wo bist du so weit weg ich bin bestimmt recht gut ich komme ja jetzt bin ich da und hier sind drei warte der ist eh schon wieder hinüber ja ich kann nicht fahren der ist schon wieder hinüber nicht mal ein schritt kannst du mich nicht runter lassen was war das für ein scheiß man ist an meiner voll verpackt hast du nicht ja die karte halt weil er konnte mich ja nicht unterlassen deswegen wo ich auf seinen schultern gestorben hast du die story mitbekommen von alex welche dass er öl verliert er verliert öl ja sein auto hinten ok und er hat alle in der niederlassung bild gemacht er brauchen leihwagen und das geht nicht und das muss in die werkstatt auf ja also er hat alle verrückt gemacht stellt sich raus er hat im radkasten hinten eine flasche öl drinne gab die ausgelaufen ist richtig peinlich wie witzig oh gott naja wenigstens ist nichts schlimmes aber es ist schon witzig es ist ultra witzig weil du weißt ja wie er ist der flippt ja dann immer aus ja ja und ich hab mir gedacht vielleicht ist es für eine zusammenkunft irgendwann mal dass man mal drüber spricht sich mal austauschen du meinst ich muss alex nichts mehr fragen und denn auslauföl reparatur erfolgt ja zum beispiel ich suche schon ein mk7 blau gerne aber bist du kannst du es mitnehmen ähm ja na gut und es war dumm hä hier liegt eine packung chips hier ist das salvenger in grün ja nimmst du es mit dann können wir tauschen ach gut ne achso ich hab hier schon eine ne ne packung chips ne 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 packung chips oh ist das geil schau mal ja wo bist du hier ui er fliegt oder wegen den chips oder wie ne das sind ballons witzig wollt ihr auch einen ballon haben ja ach ich die kann man nicht werfen warte schlecht so aber oh da ist einer bist du deine ballon zurück ne hey da war doch hier niki kannst du mit deinem schwert nicht ein paar gebäuden ja ok mache ich welches wünschbegern da wo ein dings drin ist ein was hast du schon bunzenbrenner ja habe ich doch gesagt nee hast du nicht du hast nicht zugehört muss ich nicht mehr kaputt machen oder was ne ok kurz vor den ballons habe ich gesagt ich habe einen na ich schwörs beim barten meiner frau beim was barten beim bad beim bad du schwörst es beim bad deiner frau ja wie soll das denn gehen ja es ist leider nicht sehr vertrauenswürdig oh shit hier brennt ich freue mich gibt es noch irgendwo was großes blaues ich glaube nicht hier hier ist ein fisch niki ach ne das sind ballons sorry aber hier ist ein ding oh was ist eine schildschraube hier kann mich da keiner treffen mhm cool seht ihr das was sehe ich diese schildschraube nee das ist ja der hammer oh oh wo ist der springklar hier da wo las gerade alles kaputt bitte nicht den springklar bitte nicht den springklar oh hier sind ein paar gestorben bei der tankstelle willst du tanken gehen? nee ich schaue nämlich nur weil da nämlich zwei sind du hast eh alles kaputt gemacht ich glaube hier ist der blaue ranger wisst du? ja nee hier ist der blaue mk sorry aber ja hier ist der blaue mk ich mag die nicht so gern einer ist links schießt da wer oder? irgendjemand schießt da hinter uns oder? ja ja da sind zwei hinter oder vor uns ich sehe dich wo? andere Richtung nicht geh auf dir die ist tot die ist tot ich glaube dass wir uns beeilen müssen weil das Auge kommt aber ich würde vorher noch gern was einsammeln wenn da noch was gibt munition das ist tot 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 oh no oh no oh no panzer ist kaputt du musst schnell wo bist du? aufm weg schnell da es fährt nicht hoch um das Auge kommen setz dich oben rein setz dich oben rein dann kannst du währenddessen reparieren soll ich denn noch alles machen? ach so das Auge hält ja so da ist ein Bunzenbrenner da ist ein Bunzenbrenner da ist ein Bunzenbrenner haben wir oder? ja oder soll ich es noch blatt machen? nee noch acht und drei Teams Niki kannst du mal auf den rechten Stick drücken? danke du hättest auch sagen können ob ich den Platz tauschen kann ich hätte es schon gecheckt frech halt recht oh nein der Tank ist leer oder? ja scheiße jetzt können wir nur hoffen dass das 3er Team jetzt für die Fahrt noch für uns sichtbar wird damit wir es platt machen können da ist ein Taxi ich verhoch oder? die sind in die Schwitzerstadt rein nehme ich an oder oben auf dem Raumschiff weil das wird auch noch im Auge sein oh drei Striche noch wohin? ähm gibt es da nicht eine Tankstelle irgendwo? ich glaub hier ist eine ich glaub hier ist eine schaffen wir das? ich hoffe ich fahr runter ja wer packt einen? du hast letztens zerstört mach es wie ein Kätzchen mach es wie ein Kätzchen auch wenn mir ist schief ich seh es nicht ganz mehr nach rechts passt reicht schon und was macht Niki? chillt ihr Leben da oben nein ich guck ob jemand kommt okay? damit ich euch Deckung geben kann aber dann wenn es nicht erwünscht ist geh ich halt okay jetzt sind es noch fünf und zwei das heißt wir müssen gegen zwei Niki wo bist du? hier sind welche wo bist du? ich bin auf die Schacht von oben ich seh die Markierung nicht ach da drüben soll ich da durchfahren oder wie machen wir es? ne durch den Tunnel weil ich geh hier hoch wenn der Pump oder ist das noch im Auge ja ne? doch ist wir müssen in die andere Richtung in die andere Richtung lass uns doch ins Auge gehen lieber oder? ja ich glaube okay oh ich muss mal umdrehen ich fahr wir müssen hoch Lars kannst du mal auf den rechten Deck drücken? ähm habe ich gerade versucht das geht nicht ja ja ich glaube auch hoffentlich sind es keine Schwitzer ich warte ich glaube kann auch ein Schmetterling gewesen sein aber okay war ein Schmetterling aber wo sind die denn die Penner? da 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 rechts rechts genau dort hast du den jetzt mal langsam? einen habe ich wo ist der andere? ja das ist vom Auto yes yay oni im krone ja 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 ja